Moin Leute und herzlich willkommen bei Nils von 1489. Ja, Elgato hat eine neue Capture Card rausgebracht und zwar die Elgato 4K60 Pro. Und einige von euch werden sich jetzt denken, Moment mal, die 4K60 Pro, die gibt es doch schon. Ja, die gibt es schon, aber wir reden hier von der 4K60 Pro MK2. Die Elgato 4K60 Pro wurde komplett überarbeitet, hat nun ein etwas anderes Design. Das wird euch an die HD60 Pro erinnern, ist im Endeffekt genau das gleiche Design und hat sehr, sehr viele coole Features. In diesem Video werden wir uns anschauen, was denn für Features mit dieser neuen Capture Card kommen, was das für euch bedeutet und wie ihr die Features am besten einsetzen könnt. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Na dann lasst uns doch mal über Elgatos neues Flaggschiff reden, die Elgato 4K60 Pro MK2. Sie sieht einfach fantastisch aus und besticht durch ihr einfaches Design und die edle Optik, welches durch das schwarze, galvanisch verzinkte Stahlgehäuse zur Geltung kommt. Bei dieser Capture Card handelt es sich um eine interne Karte, die als Eingangssignal bis zu einer Auflösung von 2160p60, also 4K, verarbeiten kann. Hinzu kommt, dass die Karte höhere Aktualisierungsraten unterstützt und somit bei 1440p mit 144 Hz oder bei 1080p mit bis zu 240 Hz gespielt und gleichzeitig ohne Screen-Tiering. Hierbei handelt es sich um Schnitte im Bild, wenn Aktualisierungsrate des Geräts und FPS im Spiel nicht gleich sind, aufgenommen bzw. gestreamt werden kann. Ein weiteres Benefit der Elgato Capture Card ist die Unterstützung von HDR. In dem Vorgängermodell war dies erst nicht möglich und wurde später hinzugefügt. Das geschah durch eine Art Austauschprogramm, gibt es jetzt aber nicht mehr. Zusätzlich wurde mit dieser Karte Chroma Subsampling 444 eingeführt. Bei Chroma Subsampling handelt es sich um eine Methode, um Farbinformationen zu reduzieren, ohne dass das menschliche Auge das sieht und somit die Datenmenge auch zu reduzieren. Man spricht auch von Farbunterabtastung und diese liegt bei Chroma Subsampling 444 nicht mehr vor und wird nur bei hochwertigen digitalen Bildverarbeitungen eingesetzt. Das für mich wichtigste Detail der Elgato 4K60 Pro MK2 ist jedoch der Multi-Feed. Viele von uns kennen das Problem, dass wenn ihr das Bild eurer Capture Card in OBS einfügt, kein weiteres Programm auf das Bild zugreifen kann. Viele schreien dann immer, Hey, ich habe die Capture Card im Elgato Game Capture HD geöffnet, aber in OBS kriege ich nur ein schwarzes Bild. Ja, genau, das ist das Problem und mit Multi-Feed ist das nun vorbei. Mit dem neuen Elgato könnt ihr nun das Bild eurer Capture Card in mehreren Programmen gleichzeitig öffnen, ob nun mehrere Instanzen von OBS Studio, OBS Studio und das 4K Capture Utility in the Mix oder gar ganz andere Programme. Die Elgato passt sich eurem Setup an und nicht ihr eurer Setup an die Elgato. Da das ja alles super klingt, aber bisher nur Worte sind, wollen wir unser neues Schätzchen doch auch direkt mal testen. Dafür fangen wir mit der Einrichtung an. Die Frage ist nun, wie baue ich die Capture Card in mein System ein und worauf muss ich achten? Zuerst solltet ihr darauf achten, dass euer PC einen freien PCI Express X4, X8 oder X16 Slot hat. Dies könnt ihr zum Beispiel im Handbuch eures Mainboards nachlesen. Danach müsst ihr lediglich die Blende zu diesem Slot entfernen und die Karte vorsichtig in den Slot einbauen. Denkt dran, den PC unbedingt vorher herunterzufahren und das Netzteil auszuschalten. Nach dem Einbau schraubt ihr an der Halterung, an der vorher die Blende war, die Capture Card fest und ihr könnt den PC wieder einschalten und hochfahren. Der erste Schritt, den ihr nach dem Einbau der Elgato 4K60 Pro MK2 tätigen solltet, ist natürlich der Download der dazugehörigen Software sowie die Installation davon. In der Videobeschreibung habe ich euch den Link zu der Software beigefügt. Einfach auf den Link klicken und dann auf dieser Seite die 4K Capture Utility für Windows herunterladen und installieren. Nach der Installation des 4K Capture Utility und dem Neustart eures PCs seid ihr eigentlich ready to go, eure Konsole oder euren Gaming-PC an die Capture Card anzuschließen. Dafür müsst ihr lediglich ein HDMI-Kabel des Quellgeräts, also zum Beispiel der Konsole oder des zweiten Gaming-PCs, zu der Capture Card legen und dort in den In-Port einstecken. Dabei ist darauf zu achten, dass bei den Konsolen unter anderem HDCP aktiviert ist, was eine Art, ja, Sicherheitsmechanismus ist, damit man kein urheberrechtlich geschütztes Werk kopieren kann. Auf der Playstation habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, in den Einstellungen das Ganze auszuschalten. Dafür einfach in die Einstellungen wechseln, dort dann runtergehen zu System und bei System müsst ihr dann das Häkchen bei HDCP aktivieren, entfernen. Ganz wichtig. Das solltet ihr natürlich machen, bevor ihr die Playstation an die Elgato anschließt, denn ansonsten werdet ihr einfach kein Bild bekommen. Habt ihr dann das Bild eures Quellgeräts in 4K Capture Utility empfangen, dann können wir einmal durchgehen und können uns anschauen, was ihr hier denn seht. Ganz interessant, am Anfang oben rechts seht ihr, welche Quelle ihr bekommt, also welche Auflösung und welche Framerate die Quelle hat. Und wenn HDR aktiviert ist, dann seht ihr hier auch ein kleines HDR-Kennzeichen. Oben rechts über die Einstellungen habt ihr dann die Möglichkeit, in die Einstellungen der Elgato Capture Card zu kommen. Fangen wir einmal bei Allgemein an. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, einen Streamlink zu aktivieren. Das ist ein NDI-Signal, könnte man sagen, was im Hintergrund gesendet wird, sodass ihr das auf weiteren Geräten verwenden könnt. Darunter wird dann die Software-Version angezeigt und ihr könnt hier manuell nach Updates suchen. Unter dem Reiter Gerät werden euch die unterschiedlichen Elgato Capture Cards angezeigt. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr könnt ja nicht nur eine Elgato 4K 60 Pro MK2 verbauen. Nein, ihr könnt mehrere in eurem PC verbauen, vorausgesetzt der PC hat genug PCI-Express-Steckplätze. Zwischen den Geräten könnt ihr dann über dieses Dropdown-Menü hin- und herschalten. Darunter wird dann die jeweilige Firmware-Version der ausgewählten Capture Card angezeigt und bei Videoquelle seht ihr dann das Signal, welches aktuell auf der Capture Card ankommt. Darunter könnt ihr den HDMI-Farbraum anpassen. Hier habt ihr die Möglichkeit zwischen Bypass, also identisch mit dem Eingang, Erweitern und Verkleinern auszuwählen. Interessant wird es dann beim Edit-Modus. Der Edit-Modus Eingang gibt zum Beispiel an, von wo die Auflösung festgelegt werden soll. Habt ihr zum Beispiel Zusammengeführt ausgewählt, bedeutet das, dass der größtmögliche oder die größtmögliche Auflösung gewählt wird. Und zwar bedeutet das, wenn an dem Ausgang der Elgato ein Monitor angeschlossen ist, dann wird automatisch geschaut, welche Auflösung kann der Monitor, welche Auflösung kann das Eingangsgerät, zum Beispiel die Konsole, und welche Auflösung kann die Elgato Capture Card. Habt ihr zum Beispiel einen 1080p-Monitor am Ausgang angeschlossen, aber eine PS4 Pro am Eingang, dann könnte die PS4 Pro zwar 4K, der Ausgangsmonitor aber nur 1080p, also würde das Signal auf 1080p gestellt. Habt ihr keinen Monitor am Ausgang angeschlossen und wählt Zusammengeführt, dann wird einfach geschaut, was am Eingang angeschlossen ist, also es wird nichts mehr umgestellt, und es wird das Signal von dem Eingangsgerät genommen, was die Elgato auch unterstützt. Habt ihr intern ausgewählt, dann wird einfach der Monitor ignoriert. Zum Beispiel könnt ihr das nutzen, wenn ihr ein Dual-PC-Setup einsetzt und am Ausgang der Elgato keinen Monitor anschließt, sondern die Klon-Methode wählt. Dann würde ja nur das HDMI-Kabel von eurem Gaming-PC in die Capture Card am Streaming-PC gehen und es würde dann die Auflösung des Gaming-PCs, also was ihr dort ausgewählt habt, als Klon für eure Monitore gewählt. Habt ihr Monitor ausgewählt, dann wird automatisch auf die Auflösung des Monitors reduziert. Je nachdem, was der Monitor kann und ob die Elgato Capture Card diese Auflösung auch unterstützt, wird diese dann ausgehandelt. Wenn wir dann auf den Edit-Intern-Modus gehen, dann gibt es hier noch etwas Interessantes. Und zwar kann die Elgato ja bis zu 1080p 240, also eine Refresh-Rate des Monitors von 240, unterstützen und das bekommt ihr nur, wenn ihr explizit auch die jeweilige Auflösung hier einstellt. Bedeutet, wenn ihr einen 1080p-Monitor am Gaming-PC habt und ihr wollt die Intern-Methode verwenden, also vom Gaming-PC ein Kabel in den Gaming-Monitor und ein Kabel in die Elgato Capture Card mit der Klon-Methode, dann könnt ihr für die Elgato nur die 240 Hertz auswählen, wenn ihr hier das 1080p-Profil auswählt. Bei 1440p ist genau das gleiche. Wollt ihr die 144 Hertz auswählen können für die Elgato, müsst ihr hier vorher auf das 1440p-Profil wechseln. Wechselt ihr auf den Reiter Aufnahme, dann kommen hier noch ein paar weitere Einstellungen. Hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, wo denn Aufnahmen mit dem 4K-Catcher-Utility gespeichert werden sollen und wo Screenshots gespeichert werden sollen. Der Video-Encoder wird im Endeffekt automatisch eingestellt. Hier könnt ihr aber auch einstellen, dass das Ganze definitiv nur über die Grafikkarte laufen soll oder nur über die CPU, also Software, integriert. Wollt ihr eine HDR-Aufnahme erstellen, dann könnt ihr hier auch noch das Häkchen setzen. Das bedeutet aber, dass das Ganze im Hintergrund nicht mehr in H.264 kodiert wird, sondern H.265, also HEVC. Das ist ein anderer Codec und da müsst ihr aufpassen, denn dieser Codec kann nicht unbedingt immer abgespielt werden auf eurem System. Ihr braucht dann den HEVC-Codec, den könnt ihr nachinstallieren beziehungsweise ihr nutzt dann gleich ein Tool wie den VLC-Player. HEVC hat im Endeffekt den Vorteil, dass eine größere Komprimierung eingesetzt wird, bedeutet die Datenrate, also die Bitrate wird geringer, damit auch die Dateigröße bei gleichbleibender Qualität. Was es aber auch bedeutet ist, es braucht mehr CPU-Leistung. Darunter stellt ihr dann noch das Format ein, in dem aufgenommen werden soll. Hier solltet ihr natürlich darauf achten, das Format nicht höher zu wählen, als die Quelle, die euch angezeigt wird. Wird als Quelle zum Beispiel 1080p60 angezeigt, solltet ihr nicht in 2160p60 aufnehmen, denn dann wird hochskaliert und das sieht dann nicht so cool aus. Runterskalieren ist natürlich immer drin, das heißt, wenn ihr 2160p60 bekommt und ihr nehmt nur in 1080p60 auf, dann ist das vollkommen in Ordnung. Darunter habt ihr noch einen Schieberegler, mit dem ihr die Bitrate einstellt und umso höher die Bitrate, umso größer die Datei, aber umso besser auch die Qualität. Eure Aufnahmen könnt ihr sowieso später noch in einem Schnittprogramm bearbeiten und dann auf eine kleinere Dateigröße runterrändern, ohne Qualität zu verlieren. Das reine Footage, also die RAW-Aufnahme, sollte aber schon eine hohe Bitrate aufweisen. Solltet ihr Performance-Probleme kriegen, könnt ihr natürlich während der Aufnahme die Vorschau-Bildrate verringern lassen durch dieses Häkchen. Dadurch läuft das Bild in der Vorschau, also was ihr im Capture-Utility seht, einfach nicht so flüssig, bedeutet aber nicht, dass eure Aufnahme nicht flüssig ist. Und wollt ihr Flashback-Aufnahme aktivieren, beziehungsweise nutzen, setzt ihr hier das Häkchen. Bedeutet, das Utility nimmt permanent im Hintergrund auf. Hier könnt ihr auch die Einstellung oder die Dauer einstellen, wie lange denn rückwirkend aufgenommen werden soll, sodass ihr theoretisch, wenn mal was Interessantes passiert und ihr habt nicht aktiv Aufnahme gedrückt, ihr im Capture-Utility zu dieser Zeit zurückspringen könnt und dort dann theoretisch nochmal eine extra Aufnahme machen könnt. Mit Anwenden werden die Einstellungen gespeichert und mit OK schließt ihr dieses Fenster dann. Natürlich wollen wir uns nun auch noch anschauen, wie man das Bild der Elgato in OBS Studio einbindet. Dafür einfach unten bei den Quellen auf das Plus klicken, dann auf Videoaufnahmegerät. Wir können dem Ganzen dann einen Namen geben. Wir nennen das Ganze mal Elgato 4K60 Pro MK2. Dann auf OK und dann solltet ihr direkt auch schon das Gerät angezeigt bekommen, beziehungsweise ihr klickt hier drauf und wählt dann Game Capture 4K60 Pro MK2 Video aus. Lasst die Auflösung FPS-Typ auf Geräte Standard, dann wird die Standardeinstellung genommen, die ihr bereits im 4K Capture Utility gesehen habt. Also in diesem Fall 2160 P60. Solltet ihr hier was anderes auswählen wollen, beziehungsweise wollt ihr hier ein festes Setting machen, könnt ihr einfach auf Auflösung FPS-Typ Benutzer definiert gehen, gebt dann die jeweilige Auflösung an. Also in meinem Fall wären das 2160 P60. Das heißt, ich nehme hier 3840 mal 2160, sage FPS, höchstmögliche FPS. Das zum Beispiel ist ein sehr interessantes Setting für Dual-PC-Streamer, denn dadurch habt ihr dann auch die 144 Hertz, die ihr einstellen könnt bei 1440 P, beziehungsweise die 240 Hertz bei 1080 P. Danach klickt ihr einfach auf OK. Und nun seht ihr das Bild eurer Capture Card. In meinem Fall ist die Basisleinwand 1920 mal 1080. Und bei einem 4K-Bild ist das natürlich zu groß. Dafür einfach rechtsklick auf die Quelle, dann transformieren und dann nehmt ihr einfach an Bildschirmgröße anpassen. Ihr könnt aber auch einfach die Quelle anklicken und STRG F auf der Tastatur drücken. Nun sehen wir unser Bild und können unser Overlay drüberlegen und anfangen zu streamen. Was wir uns aber ja in diesem Video auch unbedingt einmal anschauen wollten, war der Multi-Feed. Denn wie zu Beginn des Videos gesagt, ist das Problem bisher bei Capture Karten, dass wenn ihr eine Software öffnet, in der das Bild der Capture Card angezeigt wird, die Capture Card in anderen Programmen, die danach geöffnet werden, nicht mehr genutzt werden kann. Denn das Bild ist gesperrt auf die erste Software, die auf die Capture Card zugreift. Elgato hat aber mit der 4K60 Pro MK2 nun Multi-Feed eingefügt und das wollen wir doch mal in eine Multi-Feed-Ception überführen. Willkommen in der Multi-Feed-Ception. Das ist genau das Feature, wofür ich diese Capture Card einfach lieben werde. Ihr könnt die Capture Card in unendlich vielen Programmen gleichzeitig öffnen, ohne dass ihr ein Problem mit dem Bild bekommt. Also wenn ich auf meiner Playstation nun einfach mal ein bisschen hin und her switche, seht ihr, dass das Bild absolut synchron ist in allen Anwendungen. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Szenario OBS Studio nutzen, um zu streamen, dort mein Overlay drüberlegen und dann kann ich mir in OBS Studio noch ein weiteres Profil und eine weitere Szenensammlung erstellen, wo ich dann zweimal OBS Studio starte. Also einmal mit dem Profil für den Stream und einmal mit dem Profil für die Aufnahme, sodass ich nebenher aufnehmen kann mit einer höheren Auflösung, einer viel höheren Bitrate und ohne Overlays und gleichzeitig aber streamen kann mit meinen Overlays und einer niedrigeren Bitrate beziehungsweise Auflösung, die an den jeweiligen Streaming-Dienst angepasst ist. Damit hat Elgato definitiv den Vogel abgeschossen, denn auf sowas warte ich halt einfach schon so lange. Ja, kommen wir zum Schlusswort. Was sage ich zu der Elgato 4K60 Pro MK2? Ich kann nur sagen, ich liebe diese Capture Card und nein, das ist nicht gekünstelt. Ich liebe sie wirklich, denn seit langem ist es so, dass ich in meinen PCs mehrere Capture Karten verbaue, damit ich A, mein Gameplay im Stream einbinden kann und B, gleichzeitig eine weitere Software öffnen kann, wo ich mein Gameplay ohne Overlay mit höherer Bitrate und höherer Auflösung aufnehmen kann. Das heißt, mein PC ist vollgebombt mit PCI-Karten, also ich habe wirklich auch keinen einzigen Steckplatz mehr frei und das hat mich doch schon immer genervt. Warum brauche ich zwei Capture Karten, wenn ich doch eigentlich in beiden Capture Karten genau das gleiche Eingangssignal habe? Nun habe ich die 4K60 Pro MK2 und brauche nur noch eine Capture Card dafür. Natürlich wird es dann noch interessant, wenn man zwei verbaut, denn dann kann man in die eine Capture Card das Gameplay einführen und die andere kann ich meine Kamera anschließen. So kann ich in mehreren Anwendungen A, mein Gameplay einbinden und B, kann ich auch meine Kamera in verschiedenen Programmen einbinden, was dann ja auch noch mal interessant wird, wenn man gleichzeitig seine Kamera auch separat zum Gameplay aufnehmen möchte, um später vielleicht einfach Gameplay zu zeigen, zwischendurch die Kamera mit einzublenden. Also es ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. Vielen Dank an Elgato noch mal abschließend, dass ich dieses Produkt testen durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht und ich werde es definitiv nun auch bei mir einsetzen. Was mich noch mal interessieren würde ist, habt ihr Interesse an HDR-Aufnahmen? Darauf bin ich ja nur kurz eingegangen und ich denke, dass zwar zum aktuellen Zeitpunkt das Thema HDR-Aufnahmen noch nicht so groß ist, aber es schon ein wenig Potenzial gibt, da vielleicht noch mehr Content zu liefern. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne noch mal ein eigenes Video erstellen, was euch genau zeigt, wie man HDR-Aufnahmen erstellt, wie man diese am besten lokal abspielt und wie man das Ganze auch vorbereitet, um die HDR-Aufnahmen auf YouTube hochzuladen. Also wenn ihr da noch mehr wissen wollt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und ich werde noch ein weiteres Video dazu erstellen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao! See the Word, see the Word See the Word, look and run See the Word See the Word See the Word